Jaja, was da los Leute? Hier ist wieder der Benni und der Haubner von DieBudyszocken. Zu einer neuen Folge, wir gucken Reddit Videos, WTF Videos. Heute haben wir was richtig cooles am Start, nämlich unexpected, also unerwartete Sachen. Ich bin gespannt, was uns da erwartet, weil es ist ja nicht zu erwarten und ihr wisst Bescheid. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Just a pile of tape. Und mal gucken, was das ist. Okay. Was hat er daraus gemacht? Sicher ein Kunstwerk. Was wird das da noch? Sieht aus wie ein Segel, so jetzt ein bisschen, wenn man es aufstellen würde. Aber was ist das? Warte, man wird es gleich von der Perspektive her sehen, schätze ich mal. Jetzt wird es gleich zusammengekommen, oder? Doch, doch, das wird von der Perspektive irgendwas. Ah, das ist ein Radio. Das ist ein Oldschool Radio, so eine Soundbox, man. Holy Shit, mit dem hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, WTF. Guck, sag ich doch, von der Perspektive her. Okay, das hat er quasi aus so einem Oldschool-Bundsern gemacht. Ja, auf jeden Fall eine geile Sache. Das war jetzt wirklich unerwartet, muss man sagen. Na, echt geil, so. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter, damit Fehler wurden gemacht. Ja, Mistakes were made. Was kommt da? Okay. Also, 1998 hat Yahoo es abgelehnt, Google zu kaufen für eine Million Dollar. Yahoo hat probiert, Google für drei Billionen, äh, drei Milliarden zu kaufen. Google sagt, nee, gib uns fünf Milliarden. Sagen trotzdem, nee, kaufen sie nicht. Und dann hat Yahoo noch abgelehnt, selber verkauft zu werden an Microsoft für 40 Milliarden Dollar. Und 2016 verkaufen sie sich selber für 4,6 Milliarden Dollar. Ja, da kann man sagen, richtig hart in die Hosen geschissen. Also, ich hätte Google gekauft. Ja, also, wenn die Google gekauft hätten da, für eine Million. Fack. Wie es gemacht wird. Okay. Ähm, hat der Bagger gerade ein Ei geschissen? Sah so aus, ja. Hä? Hä? Kommt da ein Mini-Bagger raus? Was? Das ist ja mal mega geil. So werden Bagger erzeugt. Jetzt wisst ihr's. Ja. Ey, ich fände es richtig süß, wenn der Kleine da rauskommt. Kommt das nur an. Du 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 du. Haha, geil. Okay. So, wir gucken weiter. 41.000 Roads. Also, ein frisch gewachstes Auto. Mal gucken, was da passiert. Okay. Mhm, mhm. Jetzt wird es, es ist unerwartet. Also irgendwas passiert, was man nicht erwartet. Oh, was? Was? Eine Spiegelung? Holy! Fuck, ich will das nochmal sehen. Hä? Als ob wir da gerade eine Spiegelung sehen. Das ist eine Spiegelung. Ey, das war jetzt richtig unerwartet. Ich hätte vieles erwartet, aber nicht das. Fuck, man. Weißt du, ich hätte sogar damit gerechnet, dass das Auto wegrutscht, weil irgendwie die Reifen vielleicht gewachst wurden oder was auch immer. Aber dass das eine Spiegelung ist, Holy shit, okay. Hey, fuck, man. Das ist krass. Das ist echt krass. Die Katze bekommt eine Leckerli oder so. Gucken. Eine andere Cloud. Feels bad. Oh, die arme Katze, man. Und wie die andere da richtig sneaky, da hingreift direkt. Das war gar viel da drunter. Guck dir an, genau die perfekte Farbe. Grab einfach raus, der Fettsack. Aber Garfield will nur Lasagien essen. Ja. So. Also eine Katze spielt mit einem Ball. Mit seinem Ball. Mal gucken. Sehr gut. Die guckt einfach nur blöd. Und bekommt dann den Ball noch ins Gesicht. Okay, ein Stunt, der schiefgegangen ist. 589. In GTA. Krass, das Stunt. Okay, jetzt wird's geil. Mal gucken. Die Brücke, die kenne ich. Da kann man ja dann quasi ein bisschen fliegen, obwohl er fliegt, glaube ich, nirgendswohin. Richtig fett. Eingeschädelt. Hat's überlebt. Das war unerwartet. Das war echt unerwartet. So Lasagien. Moment, und Bäm. Ins Gesicht. Ich wollte gerade sagen, WTF, er hat's überlebt. Und dann kassiert er nochmal vom Moped, von wo immer die Maschine dann wieder herkommt. Wollen wir einmal wie er's überlebt hat. Einfach ins Gesicht. Ein Transformer. Gucken, was passiert. Wenn wir die Polizisten filmen das. Oh, ist echt ein Transformer. Ey, Mann, ist das geil. Weil wir da zusammengepickt am Boden sind und dann steht er auf. Ja. Das wird mal eine geile Verkleidung, Mann. Mhm. So, okay. Nächstes 15.000 Upvots. Okay. Ich lass es einfach mal abspielen. Bin mal gespannt. Was passiert? Bin von irgendeinem Laden. Hm. Es geht übrigens darum. Guck mal, der... Oh, lol. Oh, was? Hä? What the fuck ist da passiert? Hä? Hat der ein Feuerzeug hingehalten? Was macht denn der Weißer da? Guck mal, der greift auch irgendwie rechts rüber dann. Ja, der hat ja das Feuer gemacht, glaube ich. Oder? Nee. Doch. Hey. Hey. Ich check's. Ich warte, was stand beim Text dabei? Ja, gib mir das. Ich repariere das so. Auf die Art. Weil es nicht funktioniert hat. Hat er gut repariert? Ja, hat er gut repariert. Geht einfach alles in Flammen auf. Aber ich frag mich halt auch, was der andere da hinten macht. Keine Ahnung. Ich glaub, der greift dahinter hinter die Theke oder irgendwie sowas. Okay. 410 Upvots. Komm runter von da. Ja. Oh, was? Oh Gott. Die macht so Suizid. So eine kleine noch dazu. Okay, das ist, das ist, glaube ich, Fake. Ja, das ist Fake. Aber was ist das jetzt? Ja, das ist Fake, man. Das ist was Animiertes. Ja, guck. Ich wusste es, man. Als ob sowas bei einem scheiß Hochhaus rauskommt. Holy shit. Okay, der war nice gemacht, auf jeden Fall. Ja, man. Richtig nice. So. 890 Boots. Ja. Also ein Schritt. Nach dem anderen. Genau. So, der kleine, süße Boink geht auf jeden Fall die Treppe runter. Ganz langsam, der Wetter fällt dann trotzdem noch aufs Maul. Oder Warte ist, wer unerwartet wäre, wenn er das schafft würde. Beim letzten Teil, der letzten Stufe. Richtig aufs Maul. So. Unexpected Cargrash, das ist sicher nice. Oh yes, 14.000 Boots. So. Oh, ja, ist mal hinten drauf. Nice. Hä? Hä? Wie viele steigt der aus? Na? LOL. Alles klar. What the fuck, wie viele Leute waren da drin? Ich werde jetzt da mitsehen. Warte mal. Hey, wie passt denn die in den kleinen Wagen da rein? Ich weiß es nicht. Und da sind ja eine Klappe noch zwei. Ey, komm, warum macht sie noch auf? Was? Das sind noch, da ist noch wer drinnen. Oh mein Gott. Holy shit, ich will jetzt mitzählen, wenn der Clip nochmal abspielt. Hä? Alles klar. Was erzählst du der Polizei? Wir sind hinten alle drauf gefahren, da sind 20 Leute drin. So, warte, ich will jetzt gucken. Auf jeden Fall der Audi kassiert. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Okay, und der eine vom Kofferraum. Also neun Leute. Alles geil. In dem Wagen. Alles geil. Das war krass. Dann... Noch dazu neun Typen, man. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Wirstelparty. Wirstelparty, ja. Wir reeling in a big catch, okay. 36.000 Apfels auf der nächsten Seite hat das. Okay. Was passiert? Er fischt im jeden Fall. Mhm. Ich glaube der Fisch zieht ihn wahrscheinlich rein. Oh Gott. Kommt einer hoch. Und der Kleine rastet aus. Oh Gott. Er wurde richtig getrolled. Okay. Hier ziehen. Zehn und abvotes. Okay. Sieht gefährlich aus. Das möchte ich nicht mal eingreifen. Nicht mal im Ansatz. Machst du nur zehn Sachen falsch. Prepare to be amazed. Okay. Alles klar. Ist auch gut gemacht. Na? Es sah aber eher aus wie so eine Abschlussvorrichtung für eine Atombombe. Na. So. 2000 Votes. Natur ist schön. Alles klar. Ähm. Okay. Aber die Bewegung sieht ein bisschen aus. Was würden die da drin was machen? Achso. Äh. Okay. Lol. Hast du das Teil am Arsch gesehen? Hä? Also warte. Wenn das nochmal rauskommt, musst du am Arsch hingucken. So. Na bitte. Der hat quasi ein Rohr da drinnen. So mehr oder weniger. Oder. Eine Öffnung. Das war eine Öffnung. Au. Ich seh's. Okay. Oh mein Gott. Gucken wir mit den 900 Upvotes. Er freundet sich mit einem Reh an. Okay. Um. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Aaaaaaah. Das Reh kenne ich hier. Weißt du was mich wundert, dass der da so nah rankommt, weil eigentlich Rehe richtig scheu sind. Die laufen immer weg. Das Reh hat gedacht, da kommt jetzt was zu futtern und dann… das. Ja, ich hab recht, das hat das echt gedacht. Okay, warte ich guck mal, Jump Roping, das ist gleich da runter fast. Jump Roping, okay. Der Hund macht einfach mit, WTF. Ja, so habe ich schon mal gesehen. Aber ich glaube, das wird mein Hund auch machen, weil wenn du dem irgendwie so ein Spielzeug gibst, der lässt das dann immer los und denkt dann... Dein Hund wird, wenn der ein anderer auf der anderen Seite von dem Seil so macht, dann wird dein Hund mit in der Luft rumgefetzt. Gar nicht. So, ich würde sagen, ein oder zwei Clips gucken wir noch. Waitfalt fast ganz unten. Die letzten drei gucken, oder? Ja, die letzten drei, okay, auf geht's. Waitfalt. Hm, er spielt Fußball. Da ist eins festgemacht und er ballert dagegen. Ja, das in der Mitte ist festgemacht, das sieht man. Ah, das wird wehtun. Er wird so auf die Fresse fliegen. Ja! Geil! Oh mein Gott, das ist richtig schuld. Nice gemacht von den anderen. Weil weißt du, genau so passieren die ganzen Arbeitsunfälle. Und dann heißt es wieder, ich bin über so ein Rohr gestolpert und guck mal was die für'n Scheiß machen. Okay, 4.000 Abbox, die gucken irgendein Spiel mit ein paar Freunden. Okay, krass. Ein Fußballspiel. Also jetzt geht das. Was macht er hier? Weiß nicht. Macht er? Macht er. Okay, er öffnet irgendwas. Alles klar. Richtig. Oh Mann. Das sind die Next Gen Hiding Tactics für Alkohol. Er ist halt irgendein Putztyp und hat das da versteckt, oder was? Wahrscheinlich. Oh Mann. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. So. Okay. Irgendein Bartrick. Okay. Das sowas kenne ich schon. Ich auch. Die T-Shirt. Das kennt man doch nicht. Oh Mann. Der war geil gemacht. So was kommt unerwartet einfach. Das kommt wirklich unerwartet. Ich würde sagen, das war es wieder mit den heutigen unerwarteten Sachen, die passiert sind. Wir hoffen, euch hat es mal wieder gefallen. Lasst gerne einen Like da. Und ja, hoppen. Hast du noch was? Ne, ich würde sagen, wir sehen uns wie immer. Beim nächsten Video haut rein und ciao. Ciao.